Wer Schlangenkopffische in ihrem natürlichen Umfeld beobachten möchte, muss in die Tropen reisen. Hier sind sie in fast allen Süßgewässern anzutreffen. Man findet sie in Südostasien, aber auch in Afrika. Einige dieser robusten Fische haben sich sogar bis in die Amur-Region im äußersten Norden Chinas ausgebreitet. Der Tropenreisende wird Schlangenkopffische als erstes auf den Märkten der einheimischen Bevölkerung antreffen. In den Tropen verdirbt Fisch, der Haupt-Eiweiß-Lieferant, schnell, sodass er meist nur als Trockenfisch angeboten werden kann. Schlangenkopffische dagegen sind so zählebig, dass sie lebendig auf den Märkten verkauft werden. Grund hierfür ist vor allem ihr Labyrinthorgan. Gewissermaßen eine Art Lunge unter den Kiemendeckeln, die ihnen auch außerhalb des Wassers längere Zeit das Überleben sichern. Noch schöner ist es, sich direkt bei den Fischern umzuschauen. Hier kann man manche schöne Entdeckung machen. Übrigens will ich gerne versichern, dass der hier abgebildete Schlangenkopf paniert ganz ausgezeichnet geschmeckt hat. Schlangenkopffische kann man relativ leicht mit dem Netz erbeuten. Junge Chinas erbeutet man meistens gleich massenweise und wenn man einige von ihnen mit nach Hause bringt, kann man sehen, was aus ihnen wird. Schlangenkopffische sind nicht immer leicht zu bestimmen und die Kleinen erst recht nicht. Meinen ersten Schlangenkopf Fisch fing ich in Kaoyai in Thailand. Hinter diesem Wasserfall ging mir dieser Chanagachua, ein großes Weibchen, ins Netz. Jahrelang lebte er bei mir zu Hause und war handzahm. Sie liebte es, wenn man sie streichelte. Die ähnlichen Orientalis sind etwas farbenprächtiger, kleiner und ihnen fehlen die Bauchflossen. Auch sie sind völlig untypisch für Fische. Schmusetiere, die Hautkontakt lieben, natürlich bevorzugt mit ihresgleichen. Hier ein Paar, das uns das zeigt. Auch unter den größeren Schlangenköpfen gibt es prächtige Tiere. Zur Zucht braucht man dann aber auch ein entsprechend großes Aquarium. Wenn man das nicht hat, sollte man gleich auf die Haltung dieser Tiere verzichten. Sonst bekommen sie, wenn sie wie ich etwas zart beseitet sind, ein schlechtes Gewissen. Sehr schön und zugleich auch in mittelgroßen Aquarien zu halten und zu züchten, sind die Regenbogen-Channas aus Assam. Hier sieht man das Paar unter seinem Laich. Anders als einige maulbrütende Schlangenköpfe pflegen sie ihre Eier in solchen Laichklumpen. Das Paarungsverhalten dieser Art habe ich in einem gesonderten Fotofilm dokumentiert. Die jungen Regenbogen-Channas pflegen zunächst engen Hautkontakt mit ihren Eltern und sie scheinen sich sogar eine Zeit lang zunächst von ihrem Körperschleim zu ernähren. Hier soll jetzt der kleine Überblick über Schlangenköpfe enden. Aber vielleicht glauben Sie mir eins. Schlangenkopffische sind etwas Besonderes unter den Aquarienfischen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017